Mehr Weihnachten, mehr Weihnachten, mehr Zeit für dich und für den, der dich lebt. Mehr Weihnachten, mehr Weihnachten, gut zu wissen, dass es Masa the biggest prize gibt. Mettenhof zu Weihnachten. Überall fällt Schnee, Weihnachtsmusik, alle sind glücklich und präsenten sich selbst. Aber es gibt einen Biggest Priester, der in der Kirche von Mettenhof gar nicht so viel Bock auf die Show hat. Er hat aber hier seinen Gottesdienst zu leisten mit dem fleischmützigen Price Wilde, die beiden sind die Spleaser. Aber watch mal in die Situation of Life. Dankeschön, danke. Danke, haben Sie noch einen schönen Heiligabend. Oh, danke, Herr Pastor Wilde. Sie auch. Gute Nacht. Viel Spaß noch heute Abend. Mann, Wilde, wir sind echt durch mit der Scheiße. Mann, sei ruhig. Ah ja, gehen wir ganz schön auf den Sack, der ganze Piss. Mann, 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 doch. So viele Stunden hier nur rumgegammelt, doch. Ich will doch eine kleine Fete heute Abend. Ja, was stellst du dir denn vor? Bleib smart, ey. Oh, Jerry hat auch keine Zeit. Er ist irgendwie mit seiner komischen Maid unterwegs. Casey ist mit der Family unterwegs. Der ganze Dreck. Sag mal, die haben alle keine Time heute Nacht. Was soll ich machen, Mann? Mann, ich fahr nochmal an die Küste und keul mir ein. Das ist auch scheiße, ne? Schön, bei Winnie noch ans Splashen. Mann, du denkst auch nur, bleib smarte, Mann, Wilde. Mann, ich hab ne gute Idee. Du kommst mit mir mit. Ich muss jetzt gleich noch schnell ins Altersheim. Weil da ist noch ne kleine... Ah, du glaubst aber nicht, dass es ist das Olderheim. Du kommst jetzt mit. Alles klar, ich komm mal mit, Mann. Besser als hier alone zu bleiben, Mann. Komm, steig in den Wagen. Oh, das haben wir ja lange nicht gehabt, dass ich als Beifahrer in deinem geilen Wagen mitfahre. Okay. Sind wir schon beim Olderheim, oder war? So, komm. Ich hab noch Geschenke für die älteren Leute. Okay. Ah, wie sieht's aus für euch? Oh, das ist ja ein geiler Club hier. Also, Wilde und ich, wir haben Präsenz für euch mit, ne? Ich tocke mit euch. Mann, seid ihr könnt dich nicht wahr? Was das denn für ein tauber Verein hier? Hey, komm mal her. Komm mal her, Oma. Komm mal her zu mir. Mann, sag, es ist Weihnachten. Bleib smarte. Komm mal her, du. Taube Stück Shit. Mäh, kannst du ja auch nicht tocken, aber... Hast deine vierten Zähne drin, oder war? Ich rede mit dir. Mann, 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 kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du in die Hose geschissen, oder was? Gut, Wilde, was hast du denn für dieses kleine nötige Stück Shit? Ja, kannst du eine CD haben, ja? Mit Silber, ja, wie heißt der? Florian Silber Eisenhower? Hier, du Nutte. Das hast du verdient. Und? Da gucken wir uns mal den ganzen dreckigen Rest an. Wieder werde ich machen. Wie sind wir überhaupt, ja? Kommt mich mal an hier. Mann, 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 Mann. Kannst du ja auch nicht tocken, Opa? Oder war das? Du hast ja gar keine Zähne mehr. Du kannst ja gar nicht mehr auch nicht tocken, Opi. Komm mal her zu mir. Mann, 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 oh Gott, verdammte Stück Scheiße. Du stinkst. Oh, Windel tragen, das Stück Scheiße. Mann, sag, halt Smallware. Walde, du hässliche Scheiß-Fleisch-Mütze. Geh mir nicht dazwischen. Ich muss mal ordentlich mit meinen Friends hier reden, ne? Ist doch Christmas. Ich verteile das schon. Ich muss unbedingt Jerry anrufen. Sein Freund dreht wieder durch. Walde, was telefonierst du da? Ich muss aber ganz ordentlich mit unseren Leuten hier reden. Jerry, komm sofort vorbei. Mann, sei dritt durch. Okay, ich bin gleich da. Ah, du hast Jerry angerufen, ne? War ja klar. Hast du wieder Schiss, dass ich durchdrehe, oder was, ne? Mann, Opa, guck mich mal an, wenn ich mit dir talke. Watch me in the eyes of my love time. Hä? Aber du, ich muss immer was questionen. Ich muss immer noch kurz sagen. Questionen! Kann es angehen. Du bist so ein gottverdammtes Windeltragendes Stück Scheiße wie du. So ein stückstrumpfstragendes Stück Shit. Hä? Präsent mir deinen Einlaufschlauch. Du stinkst von Kopf nach Fuß. Das ist doch scheiße. Erzähl es mir doch. Erzähl es mir doch. Mann, heu hier nicht rum, du dreckiges Stück Scheiße. Es war sowieso scheißegal, auf deinen letzten Monat hier noch rumzuhäulen, Mann. Wie läuft es denn bei dir? Abends noch schön mit der Hand und schenkst du noch schön ein? Du denkst an die alten guten Zeiten, du widerwärtiges Stück Scheiße. Du denkst an die alten braunen Times of Life. Hey, früher als du von der Front nach Hause kamst und deine Frau hat zu dir gesagt, du kommst direkt von der Front und die hat dir gleich schön angeblohnt. Und du hast dir schönes Face gesplasht. Und dann war der richtig voll der ganze Dreck. Und die hat der Ball gegen ihn gemacht. Und dann richtig alle gegenseitig voll geschissen. Erzähl es mir doch. Und dann warst du im Auslandseinsatz mit deiner braunen Spange. Und dann hast du mir gedacht, alles klar. Und habt ihr auch alles durchgefickt. Ihr habt doch alles durchgeböbelt früher. Erzähl es mir doch. Erzähl es mir doch. Heule nicht rum, du Renner. Ich talk mit dir. Ich zieh dir gleich mal deinen Einlaufteil da aus dem Arsch. So. So will ich Weihnachten haben. So will ich Weihnachten. So, ich will dich mal weiter was questioneln. Ich muss aber nur kurz was questioneln. Kann es angehen. Da hast du ganz derbe, versaute Orgien früher im zweiten Weltkrieg. Ich kann mir das richtig vorstellen. Deine Frau, die hat vier Jahre auf dich gewartet. Du warst irgendwo an der Front. Irgendwo am Arsch da draußen in Russland. Es war total kalt. Der Schnee fiel. Und ihr hattet alle nichts anderes zu tun, als da irgendwo im Schnee euch gegenseitig umzulegen. Aber nein, es war so kalt da. Und ihr habt doch ja... Weißt du was? Ihr habt Gruppenwichsen gemacht, ihr Soldiers. Alles schön, so sehr fun. Please. Erzähl es mir doch. Erzähl es mir doch. Oh, da kommt endlich Jerry. Mansa, was ist hier los? Oh, Jason, Mann. Müsst ihr nicht ein? Mansa, wir haben Heiligabend. Du kannst die alten Leute nicht... Ah, bleibs Mordi. Mann, der Opa, der weiß schon, was los ist, ne? Du rennst ein Stück Scheiße, oder? Erzähl es mir doch. Erzähl es mir doch. Frau Weihnachten, du dreckiges Stück Scheiße. Du stinkst von Kopf bis Fuß. Du widerliches Stück Shit eines Rentners. Du bist nichts weiter als ein kleiner Scheißhaufen. Und stinke nicht rum, Mann. Mann, Mann. Boah, meine Nase, Jerry, Mann. Das sticht richtig in der Nase. Widerwärte doch. Widerwärte doch. Mansa, halt ihn fest, du Haltes. Aber was wollt ihr eigentlich von mir, ne? Du gehst jetzt erstmal rauf. Bleib Schmordi. Gib ihm die Schmordi-Tschüssen, Mann. Was ist das denn da, ne? Oh, du hast eine schöne Dauerwelle, du kleine Rentner-Nutte. Lass mich mal anwatschen. Guckst du immer, Bingo, ne? Auf N3 mit dem Scheißlein und mit diesem fetten Arschloch hinter dem Tresen da. Dieses Bingo-Scheißle, ne? Und du stehst auf dem ganzen Volksmusik-Dreck, du widerwärtige Dauerwelle, ne? Kommt der Frisur zu dir nach Hause und verlangt viel zu viel Kohle und du denkst, Mann, geiler Macker. Du bist überhaupt nicht mehr fruchtbar, du Rentner-Nutte. Bei dir hängen auch die Schläuche überall, da. Hä? Los, präsent mir deine Stützschrümpfe. Alles angepasst, ne? Die Apotheker-Nutte kommt auch immer, muss die Dinge anpassen, das stinkt vom Kopf nach Fuß nach Scheiße. Erzähl's mir doch! Erzähl's mir doch! Deine derben Zeiten sind auch vorbei. Du warst bestimmt früher so eine Bordstein-Nutte, hä? Und jetzt trägst du dir so eine arbeitige Dauerwelle. Du warst vor 30, 40 Jahren, warst du noch ein bisschen fähig und vor 70 Jahren warst du so eine kleine, verdorbene, dreckige Bordstein-Schlampe. Du hast ja schön jedem eingeblut, ne? Jeden Soldier, die nach Hause kam, der ganze dreckige Wichs, und die Germans, dein Mann, der war immer noch 10 Jahre damals im Gefängnis da, Kriegsgefangener, und du hast gedacht, Scheiße, egal, ich will ein paar Amis einblut, ne? Die ganzen Amerikaner einen schönen Geblut, ne? Erzähl's mir doch! Erzähl's mir doch! Jetzt reicht's, Mann, sag, komm, bleib small, die Gerson, Mann, entdeck mich doch nicht von der Zeit. Ich muss doch mal ordentlich mit dieser dreckigen, hässlichen Drecksrentnern untersprechen. Ich wünsche dir ein wunderbaues Weihnachtsfest, du gottverdammtes Stück Scheiße. Und soll ich dir was sagen? Wechsel mal deine Windel, du stinkst da! Erzähl's mir doch! Erzähl's mir doch! Aber ich muss dir noch ganz kurz was questionen. Ich muss noch kurz was questionen! Kann es angehen. Kannst du eine kleine, gottverdammte Rentnern und fast keine Family mehr haben? Mann, 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 talk mal ordentlich mit mir. Natürlich hat sie noch Familie. Ah, wer bist du denn, hä? Ich bin hier die Frau, die Pflegerin. Ah, eine Pflegerin, aber du bist auch noch ganz schön, äh, du bist auch noch fresh im Step. Hä? Du bist ja noch richtig fresh im Step. Was? Ich will mal kurz einen Step smellen. Was? Mannsa, bleib schmalle! Ich geh mal kurz zwischen die Relax und einen schönen Step smeller. Du bist doch gerade mal Mitte 20, du Gottverdammt, dein Not, äh. Einigster mit den ganzen stinkenden Rentnern ab, wenn du mir klar kommst, bitteschön. Aber ich will mal smellen. Ich muss aber kurz was questionen. Ich muss aber kurz was questionen. die Smellst du deinem Step. Ich geh mal kurz mit meinem Head down to the Step und dann smell ich mal zwischen. Ah! Ja, das ist eine cleane Notte. Frohe Weihnachten und jetzt kommst du mit mir kurz mit. Ah! Mannsa, bleib hier! Bleib dir mit Smoothie Juicen. Wir müssen ihn aufhalten, Walde. Wir können nichts machen, dann dreht durch. So, jetzt kannst du mit mir hier, hä? Ah, habst eine eigene Küche, hä? Fürs Personal, hä? Aber ihr habt auch immer die Chance, dass Rauschen stinkt alles nur das Rentnerscheiß, ihr müsst auch immer zurückziehen, hä? Es fehlt mir noch. Es fehlt mir noch. Ihr müsst auch immer mal zurück, hä? Was machen sie von mir? Bleib, Smollie! Schrei hier nicht rum, oh Gottverdammte Notte! Go down with your head! It's Tom! It's Tom! Geh down! Uh! Uh! Puh! Ah! 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 Mach schon! Mach schon! Mach schon! Ah! 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 Korrektes zu halten! Perfect Driver! Perfect Driver! Papa! Man, las's idalism Atlanta weinst du'sen. Schönes Weihnachtsfestarter. Und jetzt! Und jetzt! Und jetzt! Und JETZT! Ah! Open it, open it, open it. And now it's Tom T's Splash. Kleines Splash, kleines Splash. Da heulen de Rennern, Leute. Wilde, talk mal mit ihr. Was will ich sie denn? Das Gottverdammte Stück Scheiß. Ich geh da mal hin, kann da mal nicht wahr sein. Was ist so Rentnerhure? Wo ist unsere Pflegerin? Das Gottverdammte Stück Scheiße, willst du sehen? Deine dreckige Pflegerin, die es mit deinem Scheißgeruch jeden Tag aushalten muss? Mit deiner Kotze und deiner Scheiße und deiner Pässe, oder was? Ich präsente sie dir. Ich präsente sie dir. Da ist sie. Mann, 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 Pflegernutte. Was hast du bloß für ein Gottverdammtes Face? Da wird ja mir schlecht, du verdammte Nutte. Alter, kümmern wir dich jetzt gefährlichst wieder um deine Rentnerhuren da. Mann, mach dir erstmal dein Face sauber. Kann ja wohl nicht wahr sein, immer dieselbe Scheiße. Okay, Wilde und Jerry, fantastische Superparty. Ich finde, so muss Weihnachten sein. Das ist eine schöne heilige Nacht gewesen. Herrlich. Und jetzt gehe ich auch schön nach Hause. Dann singe ich noch ein paar Weihnachtslieder. Mann, was ist bloß los mit dir? Mann, Jerry, attack mich nicht von der Side of Life. Mann, wir haben Heiligabend. Na genau, das war fantastisch. Das war doch fantastisch. So, muss heiligabend sein. Was denkst du denn von mir? Denkst du, ich sitze zu Hause, guck MDR oder was? Ach übrigens, ich muss euch alle hier, ich muss alle im Raum hier nochmal was questionen. Ich muss euch alle nochmal questionen. Ihr guckt doch alle mal schön MDR, ne? Den ganzen Dreck, diese Erzgebirgspisse. Da steht ihr doch hinter, ne? So eine scheiß Erzgebirgspisse mit so einer Holzschnitzerei. Oh, ich, Sachsen, äh, Zwickau, oh Junge, äh, ihr scheiß Sachsenpisser. Wer kommt hier aus Sachsen, äh? Ich komme aus Sachsen. Ah, du kommst aus Sachsen, äh? Ja. Ja, dann erzählst du mir mal. Gibst du in Sachsen gute Dritte? Oh, welchen meinst du, äh, dritte, Computer? Ah, was, Computer? Ja, das Wort habt ihr sehr spät erlernt, deshalb. Deshalb sagt die Rentnernote nur noch Computer, weil das ist eins der letzten Wörter, was die hier erlernt haben, ne? Vor 15 Jahren habt ihr das gerade gelernt, oder? Oh, Computer! Ah, hat noch fünf Jahre nach der Wende gedauert. Entschuldigung. Okay! Na, es kommt die Sprache! Einfach schön über die ganzen Scheiß-Ränder gesplasht. So, Jerry, ab nach Hause! Weihnachten, mehr Weihnachten, mehr Weihnachten, mehr Zeit für dich und für den, der dich liebt. Ja, mehr Weihnachten, mehr Weihnachten, mehr Zeit für dich. Zeig mir deinen Stick, Mansa, so will ich das sehen. And now, it's Tom Tisblaas. Frohe Weihnachten! Äh! 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 Äh!